so mein Name und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von WEBFAST hier auf meinem wunderschönen Kanal lange nicht mehr gekommen denn ich habe das eigentlich nur noch ein Multiplayer gemacht ähm Multiplayer im live natürlich so wie es eigentlich sein soll ich soll das Rennen auf den ersten Platz beenden wenn man natürlich mit dem falschen äh startet ist natürlich klar ich habe natürlich nicht die Falltaste genutzt jetzt gern natürlich erst los geht es gibt es natürlich richtig schmuggelt auf die Ohren ähm ich werde nicht versuchen die drei jetzt zu äh raus zu demolieren aber was auch immer mein Zusatzziel war ähm Max the First achso da mindestens drei Gegner zu demolieren ähm werde ich mir nicht als Ziel jetzt nehmen mein Ziel wird es sein der erste zu sein weil ich brauche die Punkte langsam und ich habe sonst immer auf die drei gegangen ist aber eben sehr schwer und dann noch gleichzeitig erster zu werden ich habe das Gefühl das geht überhaupt nicht ja was ist so einfach so große Spur nehmen oh der hässlige Drecksack hier drüben oh komm weg also ich lade nebenbei gerade die letzte Landfußschutzmüller folge hoch ob ich eigentlich schon längst rum sein sollte aber ich packe ich nicht mehr das ist die Chance ist glaube ich vorbei außer würde noch gequetscht werden nein oder natürlich nicht ähm ja dann erreichte Position ist natürlich die Frage wieviel Punkte kriegen wir jetzt weil ich möchte mich die Punkte ich brauche die Punkte damit ich irgendwo mal in das nächste Level komme und beziehungsweise weitermache ich habe noch ein paar Sachen hier offen die ich machen musste und die auch in meinem meine Aufgabe sind sagen wir es mal so nebenbei tut wieder mein Handy nerven so leider habe ich gesehen es bringt nichts man ist einfach mal auf man bleibt auf seinen Null Punkten dann sehe ich fast schon wieder WSD oder ich habe die ganze Gärse gedrückt aber man bleibt Null Punkte das ist eine richtig richtig große Scheiße das heißt wir müssen also erster werden dass die Betonung nicht auf muss wir sind zwar jetzt wieder dritter wenn wir noch wieder locker zweiter werden aber dass mehr passiert ist glaube ich noch mal eine große Runde drehen damit wir gleich außen sind ich glaube das ist schon alleine Fehler hier dass man hier so langs leidet das ist knapp das ist knapp das ist knapp oh da kommen keine Läge vor aber jeder leckt das ein bisschen so das ist ja jetzt schon wieder die letzte Runde aber es geht richtig richtig schnell vorbei und ich bin nah an der Muschige dran und ich bin erster im Moment ich bin mein erster mit zwei Sekunden Vorsprung zwei Sekunden oder zwei Sekunden ich ich ja ja Leute wir fahren raus wir fahren raus wir fahren raus 8 2 habe ich diesen bonus hier nicht erreicht es geht auch nicht das können vergessen ja keine neue teile ich freue mich und dadurch kann ich jetzt im nächsten wort auf ein paar weitere rennen gehen ich werde jetzt ein paar aufnehmen die welt schneiden und seit wirklich rausgehen weil noch was hochladen muss weil ich hab gesehen es waren, das sind so die Videos die ich einigermaßen die Klicks bekommen einigermaßen die Klicks bekommen äh, gemeinsam mit äh, Bus Simulator der neue Landwirtschaft Simulator wird vielleicht genauso gut werden, man weiß es ist aber wie gesagt die letzten Folgen Landwirtschaft Simulator wer wird grad hochgeladen Sims kam auch nicht gut an Yu-Gi-Oh kann man drüber reden so ihr seht, ich hab kein Standardzeit aber ich hab die Punktzahl und das ist das Wichtigste, find ich dass man die Punktzahl erstmal erreicht mit ein Sternchen, das ist natürlich dann nicht scheiße wenn man das nochmal neu macht, dann ist natürlich auch unsere Pünktchen weg wir sehen, ich hab jetzt nur noch das Fall Quasing dafür brauch ich noch ein paar Pünktchen zum Freischalten weiß ich grad nicht wie viel außerdem braucht man äh, Frontantrieb glaub ich ist das äh, außerdem haben wir noch das hier zu machen und das Bang-Jean äh, ein bisschen weiter zu machen danach können wir wahrscheinlich irgendwann mal hier reingehen ich weiß es nicht, wann das geht irgendwas nächstes Mal wird's Simulation Racing hier vorne wieder weitergehen nochmal neu und ich würd mal sagen wenn ich da ganz praktisch gefallen habe gebt einen Daumen nach oben wenn nicht gebt einen Daumen nach oben schreibt mir in die Kommentare ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht dann müsst ihr nächstes Mal sagt wenn sie tschau tschau Bis zum nächsten Mal.